Hi Astro-Rebellin, Astro-Rebell, herzlich willkommen zurück in deinem Kanal der Astrologie. Mein Name ist Emmanuel und heute werde ich über die Rückläufigkeit vom Saturn sprechen. Diese Rückläufigkeit nähert sich sehr schnell und beginnt am 30. Juni, endet am 14. November 2024. Herzlich willkommen, falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Tu das jetzt, damit du keine Beiträge von mir verpassen kannst. Es ist soweit, Astro-Rebellin, die Rückläufigkeit von diesem Planeten nähert sich für die nächsten viereinhalb Monate. Ab dem 30. Juni wird Saturn der Planet der karmischen Lektionen rückläufig sein. Er wird sich zwischen dem gerade 19. und 12. bewegen. Das sind ja die gerade vom Sternzeichen Fische, denn Saturn ist gerade in den Fischen. Seit wann ist Saturn in diesem Zeichen? Seit März 2023 und seitdem Saturn in diesem Zeichen ist, haben die Herausforderungen, die Saturn hier aufdeckt hat, unser Leben tiefgreifend verändert. Das kann sich vielfältig zeigen, je nachdem, wo Saturn in deinem Horoskop ist. Viele Dinge sind zu Ende gegangen, das ist mir bewusst. Grenzen wurden gezogen, vielleicht zum ersten Mal überhaupt. Und dadurch, dass Saturn immer noch in diesem Zeichen ist, sieht man, dass diese Grenzen sogar in der Politik gezogen wurden. Das sieht man gerade in Europa. Wir haben uns mit Beziehungen und Situationen auseinandergesetzt seit 2023, in denen bisher versucht wurde, der Realität zu entfliehen. Jetzt werden wir mit der Realität konfrontiert sein. Nein, wir haben unseren Züchten begegnet und haben uns ihnen gestellt in den letzten Monaten. Dabei haben wir einen immensen Schatz entdeckt, Astro-Rebellen, der auf uns gewartet hat. Sobald wir bereit waren, den Sprung zu wagen, dann sind wir weitergekommen. Und dann haben wir unsere Lektionen gelernt, unsere Grenzen gesetzt, die wir in unserem Leben haben, die Realität erkannt. Wir haben seit Anfang 2023 unsere Gefühle erkannt und auch den Mut gefunden, Verantwortung zu übernehmen, statt uns in der Opferrolle zu verliegen. Denn das ist die größte Herausforderung beim Sternzeichen Fische, dass man sich als Opfer sieht. Und man ist kein Opfer. Man ist immer der Täter. Dieser Prozess ist aber auch noch nicht abgeschlossen. Der Prozess der Grenzensetzung. Saturn gibt uns drei Jahre Zeit, um die Herausforderungen des jeweiligen Zeichens zu meistern. Das erste Jahr ist oft das schwerste. Das war das Jahr 2023, da wir uns verloren fühlen, weil wir uns eben im unbekannten Territorium bewegen. Im zweiten Jahr, das ist ja dieses Jahr 2024, gehen wir die notwendigen Veränderungen an. Wir sind alle dabei, diese Veränderungen zu durchführen. Und das ist kein einfacher Prozess, aber das ist notwendig. Das sieht man auch in der Politik. Und im dritten Jahr sind wir sicherer und haben uns an die neue Realität gewöhnt. Das ist dann das Jahr 2025. Jetzt ist ein wichtiger Moment, um zu reflektieren, wie weit wir gekommen sind, wenn Saturn jetzt in diesen Zeichen im Fische rückläufig ist. Das ist eine Zeit der Überprüfung von unserer Entwicklung individuell und auch kollektiv. Wo stehen wir auf dieser Reise durch das Zeichen der Fische, das Zeichen der Spiritualität, der Musik, der Kunst, der Grenzen, Verletzlichkeit und Gefühle? Das ist die größte Frage, die sich hier herausstellt. Saturns Rückläufigkeit lädt dich ein, liebe Astro-Rebellin, Astro-Rebell-Bilanz zu ziehen und die Lehren dieses weißen Planeten zu verinnerlichen und sogar auch zu implementieren. Denn obwohl erst danach, nachdem er rückläufig ist, dann kannst du bestimmte Veränderungen am besten umsetzen. Es stellt sich die Frage, in welchem Bereich deines Horoskops das Zeichen Fische liegt. In welchem Bereich läuft gerade Saturn bei dir? Denn abhängig davon, in welchem astrologischen Haus sich Fische und Saturn befinden, werden bestimmte Themen und Prozesse in deinem Leben besonders betont und in den Vordergrund gerückt. Und meine Aufgabe besteht darin, dir genau zu sagen, was Sache ist in deinem Leben. Was solltest du im Hinblick auf Familie, im Hinblick auf Finanzen erwarten? Oder was solltest du tun? Wann solltest du etwas umsetzen? Etc. Ich kann dir alles verraten, bevor bestimmte Prozesse beendet sind, bevor bestimmte Ereignisse auftreten. Saturn ist wie ein strenger Vater, das wissen wir in der Astrologie. Seine Disziplin ist selten sanft. Formt uns aber zu verantwortungsbewussten und reifen Erwachsenen. Besonders stark werden die Zeichen Fische, Jungfrau, Schütze und Zwillinge von diesem Transit getroffen sein. Insbesondere, wenn du die Sonne oder dein Ascendenten zwischen dem Grad 19. und 12. des entsprechenden Zeichen hast. Ja, also Jungfrau, Schütze, Zwillinge und Fische. Diese sind die veränderlichen Zeichen und diese sind besonders von diesem Transit von Saturn rückläufig betroffen. Diese Zeichen müssen sich der Realität stellen und nur das behalten, wozu sie in den kommenden Jahren bereit sind. Alles andere muss sich auflösen. Alles andere muss aus deinem Leben verschwinden. Denn wir wissen, Saturn bringt Ordnung in das Chaos. Das Chaos, was Neptun hintergelassen hat und schafft Klarheit und die Fähigkeit, die Realität so anzunehmen und so zu sehen, wie sie ist. Und nicht, wie du diese sehen möchtest. Das bringt Erleichterung und vor allem auch ein Gefühl der Leichtigkeit, das man braucht, um sich besser zu fühlen. Am 19. August, das müssen wir auch betonen, treffen Jupiter und Saturn in einem Quadrat aufeinander, was einen Moment markiert, in dem Expansion und Disziplin integriert werden müssen. Es muss einen Ausgleich geben zwischen beiden Polaritäten. Jupiter ist die Expansion, Saturn ist die Einschränkung. Und dementsprechend ist August ein besonders wichtiger Monat für uns alle. Je nachdem, was du in deinem Horoskop hast, dann gibt es eine bestimmte Botschaft, die nur für dich gilt. Okay? August ist ein sehr, sehr wichtiger Monat. Diese Rückläufigkeit kommt genau zur rechten Zeit. Ein Moment der Überprüfung, ein Moment der Integration unserer Strukturen wird uns auf den letzten Abschnitt vom Saturns kosmischen Tanz vorbereiten. Astro-Rebellin, Astro-Rebell. Erinnere dich bitte immer daran, dass diese ganz allgemeine Aussagen sind. Das heißt, wir sind hier mit einer Konfrontation mit der Realität beschäftigt. Wir bringen jetzt Ordnung in unserem Leben, indem wir uns vom unnötigen Personen, Situationen, Gegenstände und so weiter lösen und öffnet uns für die neue Epoche in unserem Leben. Aber bevor das geschieht, erlebt man einen Prozess der Überprüfung und das werden wir jetzt mit der Rückläufigkeit vom Saturn ab dem 30. Juni bis 14. November erleben. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du meine Beiträge auf meinem Blog liest. Insbesondere die monatlichen Prognosen, diese veröffentliche ich Monat für Monat nicht nur als Video, sondern auch als schriftliche Prognosen, die du auf meiner Webseite finden kannst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir alles Gute mit Saturn rückläufig.